Botschafter an Christi statt, so lauter das Thema für unsere Tagung und ich kenne nicht alle Themen, die bisher hier in den letzten vergangenen Jahren studiert wurden auf dieser wunderbaren Tagung, aber kann es ein wichtigeres Thema geben als das, das dieses Jahr gewählt wurde? Christus und seine Botschaft. Wir werden an dieser Tagung sicherlich unglaublich viele Gedanken hören in diesen vier Tagen von vielen erfahrenen Sprechern und vielen, die mit uns gemeinsam hier hoffentlich verschmelzen und mein Wunsch persönlich, nicht nur für meine Themen, ist der, dass wir hier das überwinden, diese Sprecher- und Zuhörer-Ebene, sondern dass wir uns im Gebet vereinigen, dass wir darum beten, in jedem Augenblick bei den Veranstaltungen, zwischen den Veranstaltungen, dass Gott uns hier in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, tatsächlich über dieses wichtige Thema etwas sagt, persönlich. Und deswegen sollte unser Allegebet sein, dass Gottes Geist alles Gesagte zu einer wunderbaren Einheit zusammenfügt. Das ist menschlich gesehen eigentlich kaum möglich. So viele verschiedene Sprecher aus vielen Teilen der Erde und auch wenn man dasselbe Thema hat, dann ist das noch lang nicht gesagt, dass alle auf den gleichen Punkt kommen, auf Christus und seine Botschaft, das sollte unser aller Gebet sein, sodass wir alle an dieser Tagung Christus näher kommen. Das ist mein Wunsch und Gebet und dass wir alle erfüllt mit dem Heiligen Geist bereit sind, das Evangelium zu verkündigen und einzusetzen, sich dafür, koste es, was es wolle. Aber nicht irgendein Evangelium, sondern das Evangelium vom Reich Gottes, welches, so sagt Jesus in Matthäus, welches gepredigt werden wird in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Ich persönlich glaube, dass diese Tagung uns näher bringen wird an dieses Ereignis. Nicht nur zeitmäßig, dass Zeit vergangen ist, vier Tage näher an die Wiederkunft, sondern näher an dieses Ereignis, weil wir selber hoffentlich so gefüllt werden, dass wir mit den Aposteln sagen können, ich kann es nicht, ich kann es nicht anders. Wir können es nicht lassen, als von dem zu reden und hoffentlich das zu leben, was der Geist Gottes uns aus diesem wunderbaren Evangelium mitteilt. Dieses Evangelium vom Reich Gottes motivierte Paulus zu einem unermüdlichen Leben, für das Leben anderer sich einzusetzen. Er ist der Missionar und der Evangelist schlechthin, wenn wir in das Neue Testament schauen, mal Jesus außer Acht gelassen oder vielleicht deswegen, weil er ihn nicht außer Acht ließ. Und er konnte mit Recht sagen, das war kein Lippenbekenntnis von Paulus, dass er sagte, so sind wir nun Botschafter an Christi statt. Er konnte das von ganzem Herzen sagen. Und wenn wir das sagen, singen an diesem Wochenende und darüber hinaus, dann sollte es auch kein Lippenbekenntnis sein. Was meint ihr? Wir sollten Botschafter sein. Und wenn wir merken, wir sind in der Schule und wir wollen effektiver und hingebungsvoller für Jesus sein, dann glaube ich, dass dieses Wochenende genau richtig dafür ist. Wir leben in einer Zeit, in der Anpassung zum Leitmotiv in unserer Gesellschaft wurde. Ich denke, da brauche ich nicht viel darüber reden. Jemand, der wach ist, der weiß das. Der sieht das, der hört das, der nimmt das wahr. Es ist überall in der Luft. Das Thema Anpassung. Einer Zeit, in der Christentum, und das sage ich nicht leichtfertig, immer weniger unterscheidbar wird von Kultur und Zeitgeist. Das Denken so sein zu müssen, wie Kultur und der Zeitgeist es vorgeben, hat ein Evangelium hervorgebracht, das bestrebt ist, relevant und akzeptabel zu sein. Doch das wahre Evangelium, wenn ich es mal so nennen darf, wir werden ja in diesem Wochenende viele Facetten des Evangeliums neu betrachten und vielleicht dazulernen. Das wahre Evangelium, das Evangelium, das wir in der Bibel von den Aposteln gepredigt sehen und hören, ist nicht relevant, weil es den Normen und Vorstellungen dieser Welt entspricht. Das Evangelium von Christus und seiner Botschaft ist deswegen relevant, weil es sich total davon unterscheidet. Das Evangelium, wie Christus es gelebt und gepredigt und geprägt hat und von den Aposteln weitergetragen wurde, vor allem durch Paulus auch, hat deshalb Kraft. Und wir werden heute Abend diese Tagung beginnen mit einem der wichtigsten vielleicht Sätze, die Paulus in seinen Briefen geprägt hat, in Römer 1, 16 bis 17. Es hat nicht Kraft, dieses Evangelium, weil es für fleischliche Menschen akzeptabel ist, sondern es hat Kraft, weil es aus fleischlichen Menschen Nachfolge Christi macht. Es hat auch deshalb Kraft, weil es, und das mag uns am wenigsten gefallen, weil es ein Skandal ist, dieses Evangelium für die Welt. Diese Kausalität mag so auf den ersten Satz nicht wirklich einleuchten, aber wir haben mehr als, wir haben noch Zeit, vier Tage. Paulus formulierte das so, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und schon zu Paulus Zeiten, um mal in die Vergangenheit kurz zu schweifen, widersprachen, widersprachen. Sämtliche Ideologien, sämtliche Religionen und selbst die griechische Philosophie, dem Evangelium von Christus. Es stand für sich einmalig ungehört und bis dahin in solcher Kraft und in solcher Klarheit noch nie verkündigt. Und es war wirklich alles, und ich möchte betonen, alles ausnahmslos, was die Apostel über das Evangelium und vom Reich Gottes predigten in direkten Widerspruch stand zu dem, was damals die Masse dachte oder gehört hatte über Gott. Wann und wo immer Paulus auftauchte und für das Evangelium eintrat, es predigte und lebte, schien es so für das Etablissement, als ob dieser Mann ein irregeleiterter Schwärmer sei. In der Apostelgeschichte lesen wir eine solche Begebenheit. Entschuldigung. Paulus steht vor König Agrippa. Und wir wissen, wir sind Bibelstudenten oder hoffentlich werden solche. Paulus steht eines Tages vor dem König Agrippa und vor dem Stadthalter Festus, um sich zu verteidigen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 26, 24 und ihr dürft die Bibel aufschlagen, denn ich habe ganz bewusst mir zum Ziel gesetzt, an diesem Wochenende keine Präsentationen einzusetzen. Und das ist für mich nicht gewöhnlich. Das liegt daran, dass ich meist für Menschen spreche, die das Evangelium nicht so sehr gut kennen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man einfach mal eine Präsentation hat, wo das deutlich dargestellt wird, was man sagt. Nicht so hier. Da dürft ihr gerne mit aufschlagen in der Bibel oder gut zuhören oder beides. Apostelgeschichte 26, 24. Als aber Paulus dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme, mit ganzer Überzeugung. Paulus, du bist von Sinnen. Und jetzt schaut, was er sagt. Dass viele Bibel studieren, bringt dich um deinen Verstand. Nun, da steht in der Bibel eigentlich nur das Studieren. Aber ich meine, was hat Paulus studiert? Was war es denn, was ihn dahin brachte zu dem Urteil, dass er von Sinnen sei? Sicherlich nicht der Studium von Aristoteles oder anderen damaligen Gelehrten. Wir sehen hier eine laute Stimme. Ich habe das in meiner Bibel, habe ich das unterstrichen. Eine laute Stimme, die sagt, du bist krank, du bist von Sinnen. Aufgrund deines Bibelstudiums. Ist es nicht so, dass wir heute ebenso laute Stimmen hören, die der Meinung sind, man wird von Sinnen? Je intensiver, je überzeugter man das Evangelium predigt und dafür einsteht. Gibt es hier nicht eine Parallele? Paulus, was du da erzählst und wenn ihr hinschaut in den Kontext, dann seht ihr, was er vor allem dort, worum es ihm ging in seiner Predigt. Paulus, was du da erzählst von diesem Christus und diesem Evangelium für die Heiden, dass sie sich bekehren sollen von der Herrschaft Satans hin zu Gott. Das ist irre, das ist verrückt. Heute würde man sagen, du bist nicht ganz dicht. Ich bin mir sicher, als Paulus hier vor einem König steht, als Bibelkenner, dass er den Text kannte aus Psalm 119, Vers 4 und 5. Da bin ich mir ganz sicher. Bibelkenntnis hilft dann, vielleicht in den Momenten, wo wir am wenigsten da vorbereitet drauf sind, eine Bibel zur Hand zu haben. Und es ist gut, seine Bibel zu kennen, liebe Freunde. Oder kennenzulernen, falls wir sie noch nicht kennen. Denn da heißt es im Psalm 119, ich korrigiere, Vers 46. Ich, Entschuldigung, wo haben wir es? Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Ja, Paulus konnte bekennen. Und hier sind wir bei dem Text, der uns heute Abend gedanklich führen soll. Paulus konnte bekennen, in Römer 1, Vers 16 und 17, vielleicht das Schlagkräftigste, was Paulus je geschrieben hat, in diesen zwei Sätzen konzentriert. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch eine Kraft Gottes zum Heil für alle, die daran glauben. Selbst Christus blieb nicht davon verschont, was Paulus erlebte, aufgrund seines Studiums und seiner Verkündigung. Wiederholt wurde Jesus und die Apostel, wurden sie als irrsinnig, als verrückt, als extrem beschrieben. Und so heißt es in der Schrift hier in Markus 3, Vers 21. Markus 3, Vers 21. Und jetzt bitte, hier ist es nicht ein jüdischer König und ein römischer, römischer, dem Pantheon, dem römischen Pantheon verschriebenen Führer, sondern hier heißt es in Vers 21, als die Seinen es hörten. Wer sind die Seinen? Christus, die Seinen. Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahm ihn nicht an. Die Seinen sind die, die ihn am besten kennen sollten. Die, die wahrscheinlich am meisten von allen Bewohnern der Erde zur damaligen Zeit am meisten seine Schriften gelesen haben. Als die Seinen es hörten, was vom Kontext, wir können da jetzt nicht darauf eingehen, sehen wir vom Kontext, ist von dem Evangelium die Rede, dass Jesus in Vollmacht gepredigt hatte und vorgelebt hatte. Da machten sie sich auf, heißt es hier, und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, achte darauf, er ist von Sinnen. Wieder. Als es die Seinen hörten. Ja, was denn? Was war denn das Befängliche? Was war denn der Punkt, der damals dazu führte, dass es heißt, als die Seinen es hörten? Lesen wir Vers 14 nochmal genau. Dort heißt es nämlich im Kontext ein kleines Detail. Er heißt es, die er aussandte, um zu verkündigen, dass sie Vollmacht haben sollten. Habt ihr das mitbekommen? Seht ihr das? Seht ihr den Kontext? Von dem, das beurteilt wird, Jesus darin beurteilt wird, dass er von Sinnen ist. Als sie das hörten. Es ging nicht darum, einfach etwas zu erzählen über Gott. Der Anstoß damals im Evangelium war, dass das Evangelium Kraft hatte und Vollmacht hatte über Tod und Teufel. Wir sehen das erweitert in Markus 3, Vers 22. Da wird deutlich, wie entscheidend dieses Element war in der Verkündigung des Evangeliums. Nicht, dass über Gott geredet wird. Nicht, dass etwas gesagt wird. Mit den guten und besten Zitaten. Mit den besten PowerPoint-Folien. Mit Quellen, die hieb- und stichfest sind. Der hat gesagt, jener hat gesagt. Schaut mal in Vers 22, was dort steht. Da steht, die Schriftgelehrten, aber die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, und das ist jetzt die Steigerung, er hat den Belzebul. Auf Deutsch übersetzt, Christus ist von Satan besessen. Kannst du dir das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass es eine andere Person gibt auf diesem Planeten, die das Evangelium sensibler, besser, effektiver und kraftvoller gepredigt hat als Jesus Christus? Das Urteil seiner Zeit war, er ist vom Teufel besessen. Warum? Wenn ihr in Markus gerade zwei Kapitel zuvor lest, in Vers 22, da wird ein kleines Detail deutlich. Da heißt es, er predigte und als er predigte, entsetzten sich die Leute. So steht es bei Luther. Die Leute waren entsetzt. Und dann steht der Grund, warum. Denn, jetzt kommt die Begründung, er predigte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern, und jetzt kommt der Kontrast, der Kontrast zur Schriftgelehrt ist nicht Laie. Sondern es heißt hier, er predigte mit Vollmacht und das war sein Problem. Das ist der Grund, warum er von Satan besessen war. Weil die Menschen, die ihm zuhörten, merkten, dass dieses Wort Kraft hat und dass dieses Wort ihr Leben, ihr Denken herausfordert. Es ist so einfach, jemandem zuzuhören, der über Gott spricht. Aber wehe, wenn Gott selbst spricht. Und es wurde zu viel über Gott gesprochen in dieser Welt. Und manchmal wurden wir selber daran schuldig. Statt Gott selbst sprechen zu lassen. Warum, sagten sie nochmal, warum war das so wichtig? Ach übrigens, darf ich das noch dran fügen? Wir lesen zwar, er predigte nicht wie die Schriftgelehrten. Wie predigten denn die Schriftgelehrten? Nach den Buchstaben, was immer das auch heißen mag. Wie predigten die Schriftgelehrten zu dieser Zeit? Unsicher, das ist der Punkt. Damals war die gängige Art zu predigen und zu lehren, Rabbi so und so hat gesagt. Und Rabbi so und so hat gesagt. Die Rabbis waren ihre eigene Autorität. Und so hat jeder Rabbi und jeder Schüler vom Rabbi auf den anderen Rabbi verwiesen. Das war ein System, das in sich selbst bestehen kann, solange nicht das Wort Gottes hineinkommt. Dann fällt dieses System zusammen. Das war das Problem, warum Jesus ein Problem war. Er lehrte nämlich nicht, wie die Schriftgelehrten, denn wenn er lehrte, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Oder es steht geschrieben. Also nichts gegen Zitate. Ich liebe es, Zitate zu verwenden, auch von Leuten, die nicht aus der Bibel kommen. Alles hat seinen Platz. Aber wehe, wenn du glaubst, dass ein Zitat Autorität hat. Hat es nicht. Es ist das Wort Gottes, das allein Autorität hat. Und daran müssen wir uns erinnern, liebe Freunde. Wie viele Prediger und Botschafter an Christi-Stadt wurden seither mit demselben Label etikettiert? Schwärmer, Spinner, Fanatiker, Fundamentalist, Polemiker, Heretiker, Spalter, Gefahr für das Gemeinwohl der Gesellschaft und für die Einheit der Kirchen. Wo gab es, ihr Lieben, einen Verkündiger, nennt mir einen Verkündiger Gottes in den letzten 2000 Jahren, seit Jesus und Paulus, der nicht zum Anstoß geworden wäre für seine Zeit und die Ohren seiner Zeit. Nennt mir einen. Paulus sah das voraus. Er sagt in Timotheus, er schreibt dem Timotheus im zweiten Brief, Kapitel 4, Verse 3 bis 4, Denn es wird eine Zeit kommen und ihr wisstet schon, wie es weitergeht. Eine Prophezeiung, inspirierte Prophezeiung und ich glaube, dass diese Zeit da ist, nicht mehr kommen wird, sondern wir mittendrin leben. Welche Zeit? Eine Zeit, die achtet auf dieses kleine Wort. Heilsame Lehre. Nicht nur Lehre, sondern Lehre, die Heilung bringt, dass sie diese nicht ertragen können. Ohren zu, Stöpsel rein, Augen zu. Warum? Weil das Evangelium Christi, seine Botschaft, hat Kraft zur Veränderung im Leben derer, die es hören. Du kannst nicht Gott hören und so bleiben, wie du bist. Und dann geht es weiter, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen. Genau das Prinzip wie vor 2000 Jahren. Der und der hat gesagt, der und der hat gesagt. Und wenn wir heute das Wort Gottes hören, wie oft hören wir als Referenz, wer das alles gesagt hat. Aber wo bleibt es so stets geschrieben? Nach denen ihnen die Ohren jucken. Und Vers 4 und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und jetzt kommt was Erschütterndes. Luther sagt, Fabeln, sich zu den Fabeln kehren. Was ist denn eine Fabel? Dort steht im Grundtext das Wort Märchen. Könnt ihr mir heute sagen, was in heute unserer Zeit die Märchen und die Fabeln sind? Was sind heute die Märchen und Fabeln? Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen heute irgendwo sich Märchenbücher kaufen und Märchenbücher schauen. Die Märchen und die Fabeln heute im Jahr 2019 ist Hollywood. Das sind die Märchen und Fabeln. Hier steht, das Abkehren von der Wahrheit, von der heilsamen Lehre führt dazu, dass wir uns Hollywood zuwenden. Und genau das sehen wir. Und das ist die Herausforderungen für unsere jungen Leute, die heute beschossen werden mit YouTube und Snapchat und Facebook und wie auch immer. Die Bibel selbst ist das, was wir heute dringender brauchen als je zuvor. Und wenn es sein muss, außerhalb des sozialen Netzwerkes. nicht ein Reformator, nicht ein einziger entkam dem Vorurteil seiner Zeit. Und ich bräuchte wahrscheinlich den Rest der Zeit nur, um allein die Namen zu nennen. Aber wir kennen einige, Nicholas Ridley, John Bradford, John Hooper, Thomas Granmeer, Jan Hus, Martin Luther, wie sie alle hießen. Die Liste ist länger, als uns der Atem bleiben würde. Sie waren alle Botschafter an Christi statt. Sie waren geächtet, sie waren verspottet und wurden nicht selten getötet. Kann das Gottes Wille sein? Das werden wir in einem anderen Thema erarbeiten. Aber keiner von diesen Männern, auch wenn sie differierten in manchen Details ihres Glaubens Überzeugungen, keiner dieser Männer schämte sich für Christus und sein Wort. Kein einziger. Und das war ihre Kraft. Es war für sie selbst zur Kraft geworden, selbst zum Heil geworden. Um Botschafter an Christi statt sein zu können, das ist meine feste Überzeugung, müssen wir bereit sein, um seinet Willen und um seines Wortes Willen, selbst ein Skandal zu werden für diese Welt. Und das ist nicht einfach, ihr lieben Geschwister und liebe Freunde. Das kann man leichter sagen, als erleben. Ein Ärgernis aus Sicht dieser Welt. Aber was sind wir denn? Wir sind doch Pilger. Wir sind Fremde, sagt die Bibel. Wir sind in den Augen der Masse peinlich. Nicht allen, aber der Masse. Und ja, Jesus erinnert uns in Johannes 15 daran, wärt ihr von der Welt, würde sie euch lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt seid und weil ich euch erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir wollen nicht peinlich sein, stimmt das? Ich meine, wer möchte das? Ganz ehrlich? Ich möchte auch nicht peinlich sein, peinlich wirken. Grund sein für Spott und Hohn. Wer möchte das? Niemand. Aber die Frage, die stelle ich nicht rhetorisch oder als homiletisches Bonbon in einer Predigt, ist eine echte Frage. Am Anfang dieser Tagung, bist du bereit für die Schmach Christi? Wenn nicht, wird das nichts mit dem Botschafter sein. In welcher Form, ist eine andere Frage. Kann ich mit Paulus bekennen, ich schäme mich des Evangeliums nicht? Kann ich das wirklich? In wie vielen Situationen war ich denn schon in meinem Leben, wo es darum ging, Schande oder Anstoß zu sein? oder gefeatured zu werden, auf Deutsch geliebt und anerkannt. Jetzt mögen manche denken, ja Moment, gibt es nur diese zwei Optionen? Da muss es doch irgendwie einen gesunden Mittelweg geben. Vielleicht wird es jetzt der schwierigste Satz, den ich in den nächsten vier Tagen sage. es gibt keinen und wir werden das aus dem Wort sehen. Jesus versicherte Markus 8 Vers 38 Wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln. Und ich lese aus dem Bestseller, haltet euch fest, aus dem Bestseller Grundlagen christlicher Erziehung. Seite 288. Seid ihr bereit? Wenn wir den Maßstab erreichen, den wir nach Gottes Willen erreichen sollen, werden Weltmenschen, siebenten Tagsadventisten, als seltsame, verschrobene und engstirnige Extremisten ansehen. Punkt. Wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. In English Fundamentals of Christian Education 288. Spürst du die Spannung? Merkst du das? Wenn nicht, dann schläfst du entweder oder du bist tot. Du kannst dieses Zitat nicht lesen, ohne Spannung zu empfinden. Denn hier steht, wenn wir so sind, wie Gott uns haben will, wird die Welt uns als engstirnig, fanatisch und verschroben sehen. Und dann sind wir genau da, wo Paulus war. Genau da, wo Christus war. Und seine Botschaft kann uns nirgends anders hinführen. Denn das Evangelium ist Feind dem Fleisch und der Sünde. An die Thessaloniker schrieb Paulus und er formuliert das nur mit anderen Worten, was wir hier gerade gelesen haben, aus diesem Buch. 1. Thessalonier 2, Vers 4. Weil Gott uns für Wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, das heißt, es geht hier um Berufung, darum reden wir, nicht als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der die Herzen prüft. Genau das geschieht im Evangelium. Die Herzen werden geprüft. Jeder, Paulus sagt an anderer Stelle im Hebräerbrief, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken. Es trennt, was nicht zusammengehört, auch wenn man daran festhalten will. Oder man denke an die Worte, die Paulus an die Galater schrieb, bekannt. Galater 1, Vers 10. Es ist derselbe Mann, der Römer 1, Vers 16 schrieb und 17. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Wichtige Frage, die wir uns heute 2019 stellen müssen. Oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich nicht Christi Botschafter. Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter an Christi Stadt kann nicht gefallen dieser Welt. Es gibt keinen gesunden Mittelweg. Denn die Botschaft vom Gekreuzigten ist eine Torheit und eine Dummheit für diese Welt. So sagt es die Bibel. Und erst recht dann, wenn dieses Evangelium, diese Botschaft hineingegossen wird in Menschen hinein. Wir haben uns heute, ihr Lieben und alle, die zuschauen, wer immer wir sind, zu welchem Bekenntnis wir uns zählen, Glaubensbekenntnis, Freidenker oder wer wir auch sein mögen. Fakt ist, wir haben uns heute so weit vom biblischen Evangelium entfernt, dass das normal als verrückt gilt. Und verrückt als normal. Und hier könnte ich viele Beispiele machen, stundenlang, würde aber niemanden verändern. Es gibt heute eine Legion an Botschaftern eines Evangeliums, angepasst, postmodern, synkretistisch und poppig. Und dieses Evangelium ist, was die Welt hören will. Warum? weil dann die Welt so bleiben darf, wie sie ist. Aber Gott sei Dank, liebt er uns so sehr, also hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt paraphrasiere ich den Text ein bisschen, dass er uns nicht unsere Wünsche erfüllt. Das Evangelium ist kein Wunsch- und Ankreuz- Evangelium. ein Evangelium zum Wohlfühlen, aber dem die Kraft Gottes fehlt, dafür aber umso mehr Schein hat. Immer mehr Menschen in den Kirchen, in allen Kirchen scheinen das zu merken. Warum? Ich habe eine Studie zu Hause, ganz frisch. die kommt aus vom 20. 7. 3. 5. 2019. In dieser Studie, die wurde durchgeführt durch die beiden großen Kirchen in Deutschland. Und dort steht drin, ich fasse es zusammen, es wird prognostiziert, dass die beiden großen Kirchen in den nächsten drei Jahrzehnten 50 Prozent ihrer Mitglieder verlieren. Wer hat die Studie durchgeführt? Keine säkulare Rating-Agenturen. Die Kirche selbst sagt, wir gehen unter. Allein 2017 traten in Deutschland 700.000 Menschen aus den Kirchen aus. Hast du das gewusst? Das steht schon auch in den Medien, aber nicht so präsent. Das ist kein Aushängeschild. 700.000 Menschen in einem Jahr 2017. Ich kenne keine Studie, die das revidiert hat und sagt, es geht wieder bergauf. Ihr Lieben, das Schlimmste, was einem Botschafter Christi und einer Kirche und erst Recht Gottes Volk geschehen kann und widerfahren kann, ist kultiviert zu werden und populär. Ich provoziere ein bisschen, weil ich möchte noch Raum lassen für Leute, die sagen, hast du gehört, der Taubert hat gesagt, kultiviert zu werden ist furchtbar. Damit man nicht lange suchen muss. Es mag sich gut anfühlen, aber es hat keine Kraft. Und hier mag die Ursache liegen für diesen Exodus aus den Kirchen. Die Menschen haben es satt, mit Worten zu bombardiert zu werden, mit Hülsen. Viele Worte predigten ohne Konsequenzen. Und hier ist der Punkt. Wenn Predigten Wortverkündigung, egal in welcher Form, keine Konsequenzen hat im Leben der Hörer, wird es unglaubwürdig, weil nichts passiert. Und Paulus hatte das erkannt, er sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Sehen wir das? Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Schriften von Paulus. Worte sind wichtig, sie sind der Träger von Botschaften. Aber Worte implizieren nicht automatisch Kraft, nur weil über Christus gesprochen wird, falls überhaupt über Christus gesprochen wird. Denn heute gibt es alle möglichen Themen, die sind so wichtig. Was war der Grund, warum Paulus sich nicht schämte für das Evangelium? Es war seine eigene Erfahrung, die niemand nehmen konnte. Er redete nicht aus dritter und vierter Erfahrung, er hat es selbst erlebt. Das hat Kraft. Es geschieht was mit mir, nicht nur, dass er blind wurde, sondern vor allem, wie er sehen wurde. Es ist eine Kraft Gottes, sagt er, zur Erlösung. Und hier ist ein Problem, eine Herausforderung. Menschen, wir Menschen, wir alle, wir glorifizieren Macht und Kraft, das schindet Eindruck bei uns. Besonders dann, wenn wir keine Macht besitzen. Dann hängen wir meist uns an jemanden, der sie verkörpert. Ich sage nicht, der sie hat, sondern sie verkörpert. Oder erzählt mir, warum sonst haben solche Superhelden momentan Hochkonjunktur? Was ist der Grund, warum Superhelden überall nur noch Themen sind? Man kann es kaum noch ertragen. Es gibt nur noch ein Thema, das häufiger in den Medien kommt, als die Superhelden und das ist Greta Thunberg. Bis zum Abwinken und nicht lachen. Hier wird ein Mädchen zu einer Ikone gemacht. mit Absicht um alle Religionen zu sammeln in einer neuen Religion. Aber sie wird genauso wie die anderen Religionen, die menschlicher Natur sind, keine Kraft haben. Und die Leute merken das sogar ohne adventistische Prediger. Sie merken das. Die Menschen sind nicht dumm. Aber vor allem merke ich eins in den letzten Jahren, seit ich dem nicht mehr als Pastor für einen Bezirk zuständig bin, sondern hauptsächlich zu denen spreche, die weiter weg sind als meine Geschwister in meiner Gemeinde. Ich merke, dass Gottes Geist ausgegossen wird. Ich merke das. Ich erkenne das an klaren, messbaren Parametern. Ich glaube sogar, aber das wäre ein ganz eigenes Thema, das ich gerne referieren könnte ein andermal. Ich glaube, dass wir in der Zeit des Spätregens leben. Das ist meine Überzeugung und ich könnte das biblisch und durch den Geist der Weissagung belegen. Paulus, bei Paulus ist das ganz anders. Die Macht, die Paulus repräsentierte, war nicht menschliche Natur, es war Gottes Kraft. Warum sollte er sich also schämen? Warum? Er war ja gar nicht verantwortlich für das, was geschah durch seine Predigt. Es ist eine Tatsache, dass viele heute den Namen, die heute den Namen Christi kennen und ich sage in Klammer, hiervon ist auch mancher Adventist nicht ausgenommen, Klammer zu, sich schämen und Angst haben, ihn uneingeschränkt zu verkündigen. Ich betone, nicht ihn zu verkündigen, uneingeschränkt, keine menschlichen Barrieren dazwischen bauen, um es erträglicher zu machen, das Evangelium für den fleischlichen Mensch, wie Paulus es nennt. Aber was ist diese Kraft im Evangelium? Schauen wir uns das noch an. Ich meine, wir können nicht Römer 1, 16 und 17 lesen, wo es heißt, ich schäme mich nicht und das ist nicht sein Hauptpunkt, ich schäme mich nicht. Sein Hauptpunkt ist, da ist Kraft im Evangelium und die Frage, die sich uns stellen muss, allen, was ist die Kraft im Evangelium? Was ist es? Naja, Gottes Eingreifen, na toll, davon kann niemand was sich mit anfangen. Etwas Ungreifbares, natürlich ist es Gott, aber was geschieht da? Was ist die Kraft? Denn Paulus erwähnt es in seinem Text, den Vers 17. Im 17. Vers, bitte mitlesen, er enthält dieser Vers einen weiteren Grund, einen zweiten Grund, warum er sich nicht schämt, außer seiner persönlichen Erfahrung. Es ist aber zugleich und vor allem die Antwort darauf, was im Evangelium die Kraft Gottes ist. Nämlich, ich zitiere, denn darin im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar. Oh, das bedarf einiger Worte mehr. Sehen wir das, lesen wir mal den ganzen Text, Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Ich lese mal nach meiner Lutherbibel. Wer immer hier eine Lutherbibel hat, wunderbare Bibel, ich habe sie zur Taufe bekommen und ich liebe sie. Luther war ein sprachgewaltiger Mensch. Das liebe ich an Luther. Aber das, was er hier macht, ist etwas lutherisch. Sicherlich nicht absichtlich und es ist auch keine große Agenda, was ich jetzt sage. Aber es nimmt etwas der Verständlichkeit dieses Textes. Ich lese mal nach Luther. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. hier wird plastisch bildhaft die Gerechtigkeit von Gott getrennt und vor Gott gestellt, die jetzt ein Mensch hat. Das steht da aber nicht. Grammatikalisch ist das nicht möglich. Hier steht nämlich ein Genitiv. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Über 5E, ich habe kein Problem, über zwei Ecken komme ich wieder, die vor Gott gilt. Natürlich. Aber bitte, das steht hier nicht da. Manchmal hat es Luther sehr gut gemeint. Keiner wird gerecht durch Werke, sondern durch Glaube allein. Hätte es nicht gelangt, wenn er gesagt hätte, durch Glaube, musste er das allein anfügen, das gar nicht dort an dem Text steht. Und Jakobus im Jakosebrief sagt, nicht durch Glaube allein, dort steht das Wort drin, sondern durch Werke wird der Mensch gerecht. Katastrophal diese Aussage. Nein, ist sie nicht. Nochmals, hier steht wörtlich, denn darin wird offenbart, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, im Genitiv. Welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Merken wir, was Paulus hier macht mit der Kraft? Die Kraft offenbart sich im Evangelium dadurch, dass die Gerechtigkeit des Menschen in den Staub sich legt, weil Gottes Gerechtigkeit im Evangelium hochgehalten wird. Der Mensch kann in der Gegenwart dieser Kraft, nämlich der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit Gottes nicht bestehen. Es ist nicht eine Gerechtigkeit, die vor Gott, sondern es ist seine Gerechtigkeit direkt in direkter Verbindung. Warum betone ich das so sehr? Weil jedes Wort wichtig ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Frage, was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Und wie wird sie im Evangelium offenbart? was ist die Gerechtigkeit Gottes? Das wird schwierig, wenn man das formulieren will, oder nicht? Ich meine, vor allem formulieren will Menschen, die sich vielleicht mit dem Evangelium nie wirklich beschäftigt haben. Wie soll ich das formulieren? Ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn ich Vorträge habe oder Predigten, sei es in einer säkularen Stadt oder sei es in der Wüste, ich frage mich immer, was verstehen die Leute, die mir gerade zuhören? Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Ich gehe zurück zunächst ins fünfte Buch Mose. Im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 25, ein kurzer Satz, der es in sich hat. Und ich bitte euch, stellt euch dem Wort. Und wenn es euch innerlich schüttelt und sagt, Moment, das kann doch so nicht sein, wie es da steht, dann lebt nach dem Prinzip und studiert nach dem Prinzip. Wenn ich Probleme habe mit einem Bibeltext, dann liegt es nicht am Text, sondern es liegt an mir. Mein Verständnis. Aber der Mensch muss sich in den Staub legen, damit er den Text so versteht, wie er dort steht. Ein kleines Beispiel. Ein Evangelist sagt, als sie den Bettler, den Bartimaeus treffen, dass es zu dem Zeitpunkt war, als sie aus Nineveh herausgingen. Der andere Evangelist sagt, sie trafen Bartimaeus, als sie nach Nineveh hinein gingen. Na was jetzt? Der Geist, der sie nicht beugen will unter das Wort, der sagt, hier ist ein Problem. Der eine Evangelist sagt, sie gingen nach Nineveh hinein, der andere sagt, sie gingen nach Nineveh hinaus. Was ist jetzt richtig? Exklusives Denken. Nineveh Jericho. Keiner hat sich beschwert, dass sie nach Nineveh reingingen. Jericho. Exklusives Denken. Entweder oder. Das würde jetzt alles sprengen, Blick auf die Uhr, aber wir haben so viele Probleme mit bestimmten Überzeugungen, und darunter gehört auch die Dreieinigkeit Frage, weil wir tendieren, Dinge exklusiv zu lösen. Entweder oder. Ist der Heilige Geist eine Kraft oder Person? Entweder Geist oder Person. Die Bibel sagt, aber er ist beides. Inklusives Denken. Sie gingen nicht entweder nach Jericho hinein oder nach Jericho hinaus, sondern die Bibel sagt, der eine Evangelist beschreibt, und das Wissen musste ich vorher nicht, ich habe mich in der Bibliothek gesagt, das kann nicht wahr sein, und habe geguckt, wisst ihr, dass Jericho zu der Zeit Jesu politisch geteilt verwaltet wurde? Ein Teil von Jericho wurde von den Römern verwaltet, das andere Teil von den Juden. Das ist wie Ulm. Ulm und Neu-Ulm. Das eine Württemberg, das andere Bayern. Jetzt sagt der eine Evangelist, wir gingen aus Jericho hinaus. Der andere sagt, nein, wir gingen hinein. Ja, was gingen sie jetzt? Hinein und hinaus. Einmal aus dem Römischen und einmal aus dem Jüdischen. Verstehen wir? Es ist so wichtig, wenn wir die Bibel aufschlagen und hier ist es genauso wichtig. 5. Mose 6, 25. 5. Mose 6, 25. Der Kontext, den kennen wahrscheinlich viele, in Kapitel 5, werden die zehn Gebote nochmals verkündigt an das Volk Gottes. Übrigens, bei welcher Frage sind wir gerade? Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Denn der Paulus sagt, das ist die Kraft des Evangeliums. Also, zu Mose, 5. Mose 6, 25. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er es uns geboten hat. Und jetzt höre ich die Kehlköpfe schlucken. Oh, für viele mag der Gedanke abwegig sein, wie er sogar unbiblisch erscheinen, unsere Gerechtigkeit mit dem Halten von Geboten in Verbindung zu bringen. Wartet etwas. Gebt Gottes Wort Chance zu wirken, bevor wir das Urteil fällen. Aber auch Johannes im Neuen Testament unterstreicht genau diesen Gedanken. Und wir werden gleich verstehen, was Mose hier sagte. Und beachtet, wenn ich jetzt lese, ist ganz wichtig, das ist so zeitgemäß, dass Johannes mit dem nächsten Satz in 1. Johannes Kapitel 3 Vers 7, dass Johannes damit eine Warnung verbindet. Er warnt, bevor er diese Aussage macht. Als ob er wüsste, dass eines Tages diese Erkenntnis verloren gehen würde. Und deswegen das Evangelium keine Kraft mehr hätte. 1. Johannes 3 Vers 7 Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Da steht, wer die Gerechtigkeit tut. Und da steht hier im Griechen, ich habe nachgeschaut, da steht hier in einem Poyon heißt, es ist eine fortlaufende Handlung. Da steht nicht, wenn es dir gut geht, dann kannst du mal darüber nachdenken. Da steht fortlaufend, kontinuierlich die Gerechtigkeit tun. Nun, immer noch die Frage, was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Wenn hier im Neuen Testament auch bestätigt wird, was Mose sagte, die Gerechtigkeit Gottes ist nicht eine Gerechtigkeit im abstrakten Sinn. Also etwas, was man gut findet, etwas, was man für wahr hält, sondern Gottes Gerechtigkeit ist der Ausdruck des Wesens und des Charakter Gottes im Gläubigen. Durch in dem, nicht durch, ich muss sehr vorsichtig sein, in dem er das tut, was Gott will. Ich breche das nochmal runter, keine Sorge. Und hier ist äußerst wichtig, bitte mir genau zuzuhören, denn daran stolpern so viele. Es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen offenbaren und bewirken. Verstehen wir das? Gottes Gerechtigkeit offenbart sich im Halten seines Willens. Sie wird nicht bewirkt durch das Halten seines Willens. Ist dieser Unterschied klar? Wenn nicht, kann ich nicht weiterlesen. Man kann also, Gottes Gerechtigkeit kann durch das Halten der Gebote nicht erwirkt werden, aber sie offenbart sich im Halten seiner Gebote. Und das ist ganz im Sinne von Gottes Heilsplan. Und ich möchte in dem letzten Abschnitt zeigen, was Gottes Heilsplan für diese Welt ist und welche Rolle seine Gerechtigkeit darin spielt. Sozusagen der Auftrag der Botschafter Christi und der ist schwierig. Er ist so total, dass es keinen gesunden Mittelweg gibt. Entweder oder und damit habe ich mir selber widersprochen mit dem inklusiven Denken. Es gibt und die Ausnahmen bestehen in die Regel auch exklusives Denken. Schauen wir uns das an. Lesen wir, wie Gott dies durch den Propheten Jesaja formuliert. Hier spricht jetzt nicht Mose. Hier spricht Gott selbst in Jesaja 51. Bitte schlagt mit mir den Text auf. Der ist wichtig, der Text, vielleicht der wichtigste heute. Und es heißt hier, und wir beachten bitte gleich zu Beginn, das möchte ich vorausschicken, dass in diesem Text Gott deutlich macht, dass diese Botschaft nicht für ein Volk, sondern für alle Völker gilt. Okay? Jesaja 51 Verse 4 bis 7 Merkt auf mich, ihr Völker, Plural, Völker, und ihr Menschen hört mir zu, denn das Gesetz wird von mir ausgehen, mein Recht will ich schon bald zum was machen? Zum Licht der Völker, denn meine Gerechtigkeit ist nah und jetzt kommen zwei Parallelismen in Hebräisch. Jetzt werden Gedanken wiederholt mit anderen Worten. Jetzt sagt er, meine Gerechtigkeit ist nah und mein Heil tritt hervor. Er möchte sein Willen, seine Gebote möchte er allen Völkern kundtun. Er beschreibt es als Licht, das er unter die Völker schicken wird. Und er nennt sie gleichzeitig seine Gerechtigkeit. Es wird dreimal erwähnt, seine Gerechtigkeit. Sie wird nicht meine Gerechtigkeit, mein Heil bleibt ewiglich. Vers 6 Mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Vers 7 Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Ist das nicht ein interessanter Text? Den muss ich nochmal kurz näher betrachten. Nochmals zum besseren Verständnis. Das ist theologische Vollkornbrötchen. Da kann man nicht einfach so drüber lesen, das geht nicht. Nochmals, Gott offenbart hier seine Absicht. Nämlich seine Gebote zum Licht der Völker zu machen. Denk daran, in die Paralleltexte in der Bibel, vor allem Jesaja. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Dunkelheit bedeckt das Erdreich und Finsternis die Völker. Hier hören wir in Jesaja 51, Gottes Plan ist, Licht in die Finsternis zu bringen, durch seinen Willen, durch das Gesetz. Wir werden gleich sehen, warum er das tut. Es ist der Heilsplan Gottes. Und dann steht hier, ich denke auch an Offenbarung 18, wo die ganze Erde erleuchtet wird von der Kraft, kein Zufall, von der Kraft des Engels, der was predigt? Kapitel 14, das ewige Evangelium. Und das erleuchtet die ganze Welt. Und jetzt haben wir ein feines Detail, dass Gott sagt durch Jesaja, es sind seine Gebote, die die ganze Welt erhellen werden. Also, wie wäre es, wenn wir die einfach nehmen und wir drucken die auf Papier so viel wie es geht, im Copyshop und wir kleben die überall hin. Das wäre es doch, oder? Schaut, was hier steht. Da steht, ihr, die die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herz mein Gesetz ist. Das ist das Licht. Gott hat sich erwählt, nicht Fotokopie, das Gesetz überall hinzukleben, sondern sein Plan ist, Licht in die Welt zu bringen, indem es Menschen gibt, die seine Gebote halten. Warum? Um die Gerechtigkeit Gottes zu erwirken, nein, um sie zu offenbaren. Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Es ist seine Herrlichkeit. Und dann wird hier gesagt, diejenigen, die Gottes Gerechtigkeit kennen, sind diejenigen in, und das Wort ist so wichtig, in dessen Herz Gottes Gesetzes. Die Gerechtigkeit nennt hier in Jesaja 51, Gott nennt seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit. Also Gottes Gerechtigkeit und Herrlichkeit, das ist der Gedanke, wird offenbar, hier kommt das Wort, Römer 1, Vers 16, denn darin, im Evangelium, wird offenbart die Kraft Gottes. Was ist seine Kraft? Seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit. Warum ist das die Kraft? Weil da, wo Gottes Gerechtigkeit offenbar wird, die Gerechtigkeit des Menschen in den Staub gedrückt wird. Und das ist die einzige Hoffnung für den verlorenen Menschen. Es gibt keine Alternative. Und das geschieht durch Unterordnung unter Gottes Willen. Ich zitiere aus dem Buch The Faith I Live By. Gibt's leider nicht in Deutsch. Und dort auf Seite 111, wer das nachschlagen will. Hört mal. Die Frage gleich am Anfang. Was ist die Gerechtigkeit aus Glauben? Meine Frage steht in dem Zitat. Was ist die Gerechtigkeit aus Glauben? Es ist das Werk Gottes, steht hier, die Herrlichkeit des Menschen in den Staub zu legen. und für den Menschen jetzt achte darauf, das zu tun, was nicht in seiner Kraft steht. Für sich selbst zu tun. Jetzt kommt eine Kondition. Wenn die Menschen ihre eigene Nichtigkeit und Sündhaftigkeit erkennen, dann sind sie bereit, mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet zu werden. Wow! Ist es uns klar, was das bedeutet? Der Mensch will gar nicht Gottes Gerechtigkeit. Warum nicht? Weil das Ego nicht im Staub ist. Wie kommt das Ego des Menschen in den Staub? Wie wird es dort hineingebettet? Dadurch, dass er seine, heißt es hier, seine Nichtigkeit und Sündhaftigkeit erkennt. Frage, wie erkennt der Mensch seine Sündhaftigkeit? Römer 7, Vers 7. Denn ich wusste nichts von Begierde, würde nicht das Gesetz sagen, du sollst nicht begehren. Erst wenn die Menschen ihre eigene Sündhaftigkeit und Nichtigkeit erkennen, schreibt hier Ellen White, sind sie bereit, mit Gottes Gerechtigkeit begleitet zu werden. Also, nochmals, das Evangelium ist Gottes Mittel gegen die Sünde. Nämlich die Übertretung des Gesetzes. So wird in der Bibel Sünde definiert. Alle Menschen sind Sünde, aber nicht alle nehmen das wahr. Wie sollen sie es wahrnehmen? Am besten durch ein Evangelium ohne Gesetze. Oder? Damit sie sich weiter wohlfühlen. Das ist, wie wir denken oft. Das ist, warum heute Menschen Evangelien hören, die keine Kraft mehr haben. Weil sie nicht lebensverändernd sind. Dass sie elend, jämmerlich, arm, blind und nackt sind, woher kommt diese Erkenntnis? Das Evangelium rettet. Würdest du der Amen sagen? Das Evangelium rettet. Aber das Gesetz führt zum Retter. Das Gesetz rettet nicht, aber es führt zum Retter, der durch das Evangelium mich und dich retten kann. Es ist also sinnlos, liebe Freunde, ein Evangelium als Weg der Erlösung zu predigen, ohne die Notwendigkeit der Erlösung zu zeigen. Und Gottes Gesetz ist das Einzige, was die Nichtigkeit und die Sündhaftigkeit auf meine Sünde hinweisen kann. Nichts anderes. Deswegen nennt es Luther Zuchtmeister. Es führt mich zu Christus, der mich rettet. Fassen wir zusammen. Wir erkennen also eine interessante und wichtige Verkettung. Nämlich, es gibt eine kausale Verbindung zwischen Schamlosigkeit und Gehorsam. Denk mir mal an Adam und Eva. Wo es heißt in 1. Mose 3, Vers 8 und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn unter den Bäumen im Garten. Warum machte er das? Die Bibel sagt uns, weil er sich schämte. Warum schämte er sich? Weil er Gottes Willen unterminiert hat und sich entfernt hat durch die Sünde von Gott. Es gibt keine Lösung ohne Schmach. Nur durch die Schmach, nur durch das Erkennen meiner Nichtigkeit und Sündhaftigkeit bin ich bereit und ist die Welt bereit, das Gesetz Gottes zu akzeptieren. Verstehen wir, warum der Scham so wichtig ist oder entscheidend? Warum Paulus sagt, ich schäme mich nicht, er konnte in der Gegenwart leben. Viele schämen sich, alle Gebote zu halten heute, viele liebe Christen, weil sie den Vorwurf der Gesetzlichkeit fürchten, ihr Lieben. Aber Gott sagt uns durch den Psalmisten, dass nicht diejenigen, Gebote halten, sich schämen sollten, sondern die es nicht tun. Du hast uns geboten, Psalm 119, Vers 4 bis 6, du hast uns geboten, deine Gebote gewissenhaft einzuhalten. Oh, dass meine Wege darauf gerichtet werden, deine Gebote zu halten. Wenn ich alle deine Gebote befolge, werde ich mich nicht schämen müssen. Zitat Ebenommen war es Christus, bevor er auf die Erde kam. Die Bibel macht deutlich, dass er bereit war, sich nicht zu schämen, uns seine Brüder zu nennen. Dazu musste er aber auf eine Ebene kommen, auf die wir gefallen waren. Er verließ den Himmel und beugte sich sehr tief. Hebräer 2, 11, denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, dich seinen Bruder und seine Schwester zu nennen. Aber nicht nur dies und damit schließt sich der Kreis. Er sagt nicht nur, du bist mein Bruder, er sagt, geh hin an meiner Stelle. Ich gehe mit dir, ich gehe dir voraus, aber ich möchte meine Herrlichkeit in dir offenbaren. Ich möchte Licht werden lassen auf dieser Welt durch meine Gerechtigkeit, die sich offenbart im Evangelium all denen, die es glauben und dadurch gerettet werden. Gott sei Dank, ihr lieben Freunde, gibt es noch Menschen, die bereit sind aufzustehen und dahin zu gehen, wo Gottes Geist sie führt. Ich hoffe, du gehörst zu denen und wir werden heute Abend nicht schließen mit einem aufregenden Aufruf, sondern mit einer dezenten Frage. Die Frage, ob du den Mut hast, in die Welt zu gehen, wo immer Gott dich hinführt, um dort für Christus und sein ewiges Evangelium eine Schmach zu sein, ein Anstoß zu sein, aber in dem seine Herrlichkeit du widerspiegelst, der einzige Weg für manche Menschen, Christus zu verstehen und Gott zu erkennen. Jetzt ist die Zeit, ihr lieben Freunde, zum Gebet. Jetzt ist die Zeit zum Bibelstudium. Jetzt ist die Zeit, Gott zu fürchten. Jetzt ist nicht die Zeit, sich zu schämen für Christus und seine Botschaft und für das Evangelium. Wir sehen, wie die Prophetie sich erfüllt, Geschwister. Und bald, so heißt es in der Bibel, wird Jesus mit Kraft und Herrlichkeit wiederkommen. Wollen wir mit Paulus bekennen? Erste Gründer 2, 4, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten. menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit, denen die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Geschwister, liebe Freunde, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und du? schäme und die auf den die 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 schäme